Die Lampe in der Dunkelheit An die Pilger richtet der Erhabene, Verehrungswürdige, Vollerwachte das übliche Gespräch, nämlich das Gespräch über das Geben, das Gespräch über die Zucht, das Gespräch über eine bessere Welt. Der Begierden, Elend, Nichtigkeit, Schmutz und den Segen im Entsagen verkündete er. Als dann der Erhabene erkannte, dass ihr Geist gut vorbereitet sei, geschmeidig, frei von Hindernissen, emporgerichtet, befriedigt, dann verkündete er von Leiden, Entstehung, Vernichtung, Weg. Und wiewohl ein reines Gewand frei von Schmutzflecken durch und durch die Färbung annimmt, ebenso auch ging da jenen 84.000 Pilgern auf der Stelle das reine, fleckenlose Wahrheitsauge auf. Was da auch immer dem Entstehen unterworfen ist, alles das ist auch dem Aufhören unterworfen. Und sie, die die Lehre gesehen, die Lehre erfasst, die Lehre erkannt, die Lehre durchdrungen hatten, dem Zweifel entronnen, frei von Schwanken, voll von Zutrauen, sprachen zu dem Erhabenen, Verehrungswürdigen, Vollerwachten so. Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr, gleich als wenn man, o Herr, Umgestürztes wieder aufrichtete oder Verdecktes enthüllte oder einem Verirrten den Weg zeigte oder eine Lampe in der Dunkelheit hielte. Die da Augen haben, werden die Dinge sehen.